Ich bin Inspektor Kildare von Scotland Yard. Ich ermittle in einer Serie von Todesfällen, bekannt als die Leimhaus-Golem-Morde. Am Radcliffe Highway hat er einen ganzen Haushalt abgeschlachtet, die Woche zuvor eine Prostituierte. Inspektor Kildare, ich habe da vielleicht eine Augenzeuge in den Leimhaus. Ich kann nicht sagen, was ich weiß. Bitte helfen Sie mir. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nichts zustoßen. Wer war am 24. September hier? An diesem Tag waren es vier, man. In der Zeitung stand, das sei Ihr erster Mordfall. Scotland Yard will mich zum Sündenbock machen. Die Öffentlichkeit will Blut. Der Golem beschafft es. Derjenige, der zusieht, vergießt nicht minder Blut als der, der den Hieb ausführt. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor der Golem gefasst wird? Du bewahrst mein Geheimnis und ich bewahre deins. Der Golem ist noch nicht gefasst. Meine Zeit zu vergeuden kann Menschenleben kosten. Ich glaube, der Golem verfolgt mich. Ich werde das verhindern. Das garantiere ich. Wir tragen alle eine Maske. Oder nicht? Wir sehen wir wieder! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.